Es regnet seit Wochen, Bomben, Raketen und Granaten. Dein gesamtes Leben ist in Flammen verschlungen. Was einst ein friedlicher Ort war, wird heute mit schmerzhaften Geschrei gefüllt. Du hast deinen Bruder, deine Schwester, deine Eltern, dein Kind verloren. Der Körper kämpft atemlos, der Wille zieht nach. Du bist hungrig, durstig und findest keinen Ausweg. Du verlierst allmählich den Glauben an die Menschheit. Das Herz droht zu zerbrechen in demselben Staub, der vorher unsere Decke gebildet hat. Gaza Needs You Sie rufen um Allahs Beistand, aber auch um deine Hilfe. Ich gehe dorthin, um den Glauben an die Menschheit wieder aufzubauen. Um meine Liebenden nicht allein zurückzulassen. Weil es weh tut, vergessen zu werden. Um in den schweren Zeiten ein Stoppschild hochzuhalten. Damit das Beine nachts aufhört. Um den Alltraum zu beenden. Weil wir unsere Geschwester lieben. Wir gehen dahin, den Gazanizas. Sie sehen, wir gehen dahin. Untertitelung des ZDF, 2020